Leute, herzlich willkommen auf einem weiteren Video von mir. Wir traden momentan mit dem Bitcoin bei ca. 38.480 US-Dollar. Es wird gerade extrem interessant, denn wir laufen jetzt gerade in diese wichtige Widerstandsbox hier rein auf dem 4-stündigen Chart. Und wie es jetzt weitergehen könnte, werden wir uns detailliert in diesem Video anschauen, denn wir schauen uns auch die verschiedenen Timeframes an. Also bleibt hier am besten bis zum Ende dran. Und wenn es euch gefallen hat, würde es mich sehr darüber freuen, wenn ihr diesem Video ein Like da lässt. Gestern haben wir hier die 139 Likes geschafft und ich würde mich sehr darüber freuen, wenn wir die 150 Likes auf diesem Video knacken. Und außerdem natürlich gerne ein Abo dalassen, Glocke aktivieren, nicht vergessen, denn nur dann werdet ihr benachrichtigt, wenn es Updates zu meinen Videos gibt. Und natürlich auch hier unten in der Videobeschreibung findet ihr meine verschiedenen Social Media Links, unter anderem auch den Link zu der Telegram-Gruppe, wo ihr gerne joinen könnt. Dort tauschen wir uns auch täglich mit den Community-Membern aus. Wir starten jetzt direkt mit dem Bitcoin auf dem 4-stündigen Chart. Hier wird es gerade extrem interessant, denn wir hatten ja unser Ascending Triangle an dieser Stelle auf diesem 4-stündigen Chart. Unser Ascending Triangle war gestern ein wenig anders eingezeichnet. Gestern hatte ich ja meinen Livestream zusammen mit CryptoKero. Dort hat er mich darauf hingewiesen, dass man es auch gegebenenfalls anders einzeichnen kann. Und ich denke, diese Variante macht auf jeden Fall sehr, sehr viel Sinn. Denn mit dieser Variante haben wir keinen Breakout nach oben, sondern haben hier ein weiteres Mal diesen Support an dieser Stelle hier angetestet. Hier haben wir ein kleines Fakeout gehabt, haben aber mit einer schönen V-Shape-Recovery es geschafft, sofort wieder in dieses Pattern rauszukommen. Meiner Meinung nach ist dieses Pattern definitiv hier valide. Wir sehen hier einen extremen Support bei dieser oberen aufsteigenden Aufwärtstrendlinie. Und haben natürlich hier oben an dieser roten Box unsere wichtige Widerstandslinie, in der wir jetzt schon, glaube ich, zum 1, 2, 3, jetzt zum 4. Mal hier reinlaufen. Und umso öfter wir in einen Widerstand oder Support reinlaufen, beziehungsweise diesen antesten, umso schwächer wird natürlich dieser Support und Widerstand. Und dann besteht die Chance natürlich, dass wir darüber ausbrechen können. Hier haben wir jetzt zwei Szenarien bei diesem Ascending Triangle zur Verfügung. Denn wenn wir uns das einmal mit einem Beispiel anschauen, dann können wir hier auch gleich sehr schön sehen, welche Szenarien wir hier erwarten können. Generell würde ich sagen, dass wir hier ein Ascending Triangle haben, welches eher bearish ist. Und zwar aus diesem Grund, wenn wir uns das Beispiel hier anschauen, sehen wir, dass wir hier in dieses Ascending Triangle von oben hinein hereinkommen. Das heißt, wenn wir von oben in ein Ascending Triangle reinkommen, dann besteht die Wahrscheinlichkeit eher, dass wir einen Breakout nach unten hin sehen. Allerdings können wir dies auch natürlich nach oben hin durchbrechen. Denn dort wird es sich dann nicht um ein Continuation Pattern handeln, sondern es wird sich um ein Reversal handeln, wie in diesem Fall. Wir sehen hier ebenfalls, dass wir von oben reinkommen, hier seitwärts laufen, die Volatilität immer weiter abnimmt. Und dann sehen wir hier ein Reversal aus diesem Ascending Triangle an dieser Stelle. Also wie ihr seht, es gibt ein bullisches und bearishes Szenario. Deshalb ist es sehr, sehr wichtig, dass wir diesen Widerstand hier an dieser Stelle im Auge behalten. Und daraufhin dann hier handeln, sollten wir einen Breakout sehen. Sollten wir einen Breakout hier nach oben hin sehen, dann können wir uns das Preisziel auch hier einmal ein wenig detaillierter anschauen. Wir nehmen es mal hier an dieser Stelle von diesem Punkt. Legen es hier an die Widerstandslinie. So, dann können wir das hier einmal hochziehen. Ich würde das mal hier entsetzen. Sollten wir einen Breakout über diese Linie bei ca. 38.600 US-Dollar sehen, wäre das Preisziel bei ca. 42.800 US-Dollar. Sollten wir allerdings einen Breakout hier nach unten hin sehen, dann wäre unser Preisziel hier bei ca. 33.500 US-Dollar. Also ca. in dem Bereich, wo wir dieses Low hier auch hatten. Allerdings schauen wir uns gleich nochmal unseren Wyckoff-Chart an. Denn dort sehen wir auch, dass wir gegebenenfalls extrem aufpassen müssen aufgrund unserer wichtigen Fibonacci-Extension-Linien. Denn wir wechseln hier mal einmal auf unser Wyckoff-Accumulation-Pattern hier an dieser Stelle. Ich habe es mal ein bisschen größer gezogen für euch. Dieses Pattern ist weiterhin valide, meiner Meinung nach. Denn wenn wir uns das Beispiel hier anschauen, spielt es sich immerhin noch weiterhin sehr gut ab an dieser Stelle. Wir haben hier nämlich unser Wyckoff-Pattern. So, ziehen wir einmal hier so runter. Haben hier die Phase A. Phase A wurde schon hier erfolgreich abgeschlossen. Wir sehen hier nämlich unseren SC-Point. Dann haben wir den AR-Point erreicht. Und nochmal hier ein ST-Point und sind danach hochgepumpt. Also Phase A ist hier erfolgreich abgeschlossen. Wir sind jetzt in dieser Phase B. In der Phase B sehen wir, dass dieses Hoch sich höher als der AR-Punkt befindet. Dies kann sein, muss aber nicht allerdings unbedingt sein. Ich habe mich dort auch nochmal informiert. Laut Wyckoff, wie gesagt, ist es nur ein Schema. Es muss nicht 1 zu 1 genau so ablaufen wie an dieser Stelle. Hier sehen wir aber momentan etwas sehr Interessantes. Das heißt, es könnte jetzt sein, dass wir diesen Breakout hier erleben und dann erst dieses Hoch jetzt von dem AR-Punkt hier erreichen. Denn wir haben hier nochmal zwei extrem wichtige Widerstandslinien, die wir hier anschauen müssten. Ich mache euch das mal hier ein wenig größer, damit wir das hier besser erkennen können. So, wir haben hier einmal nämlich, wenn wir unsere FIP-Extension, also unseren Trend-basierten FIP-Extension-Linien hier ziehen, dann sehen wir, dass wir hier einmal bei 38.591 US-Dollar unsere 0,5er FIP-Linie haben und hier bei 39.312 US-Dollar hier unser 618er Golden Pocket. Das heißt, an diesen beiden FIP-Linien ist die Wahrscheinlichkeit am höchsten für eine Trendumkehr beim Bitcoin an dieser Stelle. Meiner Meinung nach, sollten wir es schaffen, jetzt diesen Bereich hier zwischen 38.600 und 38.780 US-Dollar nach oben hin zu durchbrechen, dann werden wir mit hoher Wahrscheinlichkeit hier unser Reversal an dieser Stelle sehen. Und dann, wenn wir uns das genauer anschauen, dann sehen wir auch, wie genau sich dieses Accumulation-Pattern an dieser Stelle hier ausspielen würde. Ich nehme dafür mal wieder dieses Beispiel, damit wir das ein wenig besser sehen können. Wir sehen nämlich hier, dass wir, nachdem wir in diese Phase B hineinkommen, dass wir hier eine Art mit diesem ST-Point, dass wir eine Art W-Pattern hier formen und dann nach oben hin ausbrechen. Und wenn wir das hier uns einmal genauer anschauen, haben wir hier, Moment, so, haben wir hier an dieser Stelle unser erstes Tief, daraufhin dieses zweite Tief, was natürlich ebenfalls hier auch höher liegt an dieser Stelle. Das heißt, jetzt könnten wir hier einen Breakout nach oben sehen, dieses 618er FIP-Level hier antesten bei 39.300 US-Dollar, hier nochmal ein Reversal sehen und dann würde sich dieses Pattern erstmal perfekt ausspielen. Dann müssten wir laut diesem Pattern hier erstmal eine Art Head-and-Shoulder-Pattern formen. Dann würden wir hier einen Breakout nach oben sehen auf den ST-Point, der an dieser Stelle tiefer als der ST-Point hier in diesem Beispiel liegt. Und wenn wir dann diese hochvolatile Phase B abgeschlossen haben, kommen wir dann hier in diese Phase C. Diese Phase C wird für uns sehr, sehr interessant und wichtig, denn die Phase C und die Phase D ist in diesem Punkt unser Kaufpunkt bei diesem Pattern. Das heißt, in dieser Phase nach einem erfolgreichen Swing und einem erfolgreichen Retest hier von dieser vorherigen ST-Phase, sind hier die Kaufpunkte von Wyckoff an dieser Stelle gesetzt. Das heißt, hier könnten wir anfangen, Long-Positionen hier weiterhin aufzubauen und uns für den folgenden Bullenmarkt hier vorzubereiten. Danach, nachdem wir diesen erfolgreichen Spring und Retest haben, dann sehen wir hier einen Breakout nach oben, da die Wale einfach an dieser Stelle alle Bestände aufgekauft haben. Wir sehen auch hier, diese Phasen sind extrem volatil. Das liegt daran, dass die Wale hier extrem akkumulieren. Das heißt, die Weekends verkaufen hier ihre Bitcoins, die Wale kaufen ein, dadurch entsteht diese hohe Volatilität und nachdem hier alle kleinen Fische, sage ich mal, aus dem Markt gespült wurden und alle Bitcoin-Bestände von den Walen akkumuliert wurden, nimmt diese Volatilität hier immer weiter ab und dann sehen wir erst den Bullrun, der hier dann an dieser Stelle hier beginnt. Das sieht schon mal eigentlich relativ gut aus, meiner Meinung nach. Also wie gesagt, unser Wyckoff Accumulation Pattern definitiv noch immer noch valide hier an dieser Stelle und es wird auch definitiv noch sehr, sehr interessant für den Bitcoin die nächsten Tage. Wenn wir hier nochmal auf unseren Daily wechseln, haben wir ja hier unseren Wyckoff Logic, der sich auch hier perfekt momentan ausspielt. Haben hier nochmal für alle diejenigen, die mein Video gestern gesehen haben, wenn ihr es nicht gesehen habt, markiere ich euch nochmal oben in der Infokarte. Dort könnt ihr euch das Video nochmal anschauen. Hatte ich euch auch in dieser Wyckoff Logic zusammen mit dieser Dow Theorie, hatte ich euch das ja auch nochmal erklärt, dass dieser psychologische Aspekt hier exakt auch genau auf diese Wyckoff Logic an dieser Stelle passt. So, das war es auch schon mit dem heutigen Video. Wenn euch dieses Video gefallen hat, wie gesagt, dann lasst mir unbedingt ein Like da, abonnieren nicht vergessen, Glocke aktivieren ebenfalls nicht vergessen, um immer eine Benachrichtigung zu bekommen, wenn ich ein Video hochlade und natürlich hier meine Social Media Accounts, die hier noch verlinkt sind. Diesen könnt ihr gerne auch folgen. Das war es auch schon mit dem heutigen Video. Ich wünsche euch, wie gesagt, einen schönen Abend. Bleibt alle gesund und bis morgen. Bis zum nächsten Mal.